hallo alle zusammen wir machen einfach mal pfannenbrötchen und zwar und zwar habe ich einmal in der schüssel drin 160 gramm mehl 150 gramm natur joghurt und dann habe ich oder eine heilheit ich habe noch einen halben teelöffel salz drin und jetzt habe ich hier einfach so fünf gramm trockenhefe das ist fast ein päckchen ein päckchen sind sieben gramm drin habe ich jetzt einfach hier in etwas wasser gegeben mit einer prise zucker denn dann arbeitet die hefe besser einfach in lauwarmes wasser so das gehen wir jetzt dazu jetzt tue ich das hier mal erst mal so verrühren dass meine hand nicht gleich schmutzig ist oder was heißt schmutzig dass alles an der hand klebt ist besser gesagt ihr könnt es natürlich auch mit knethaken machen ich habe jetzt gedacht ich mache so weil dann merke ich besser ob ich noch mehr brauche oder irgendwas anderes es ist grob krümelig mal die hand nehmen ich habe mir dann überlegt ich werde das zum gehen lassen ich werde das jetzt verkneten dann schon portionieren und deswegen habe ich hier mein backpapier neben dran schon stehen mit dem backblech und dann werde ich nämlich da nur einmal gehen lassen also nicht den teig erstmal und dann noch mal verkneten gehen lassen und dann erst portionieren sondern gleich und ja wie gesagt einmal dann gehen lassen so das ist jetzt der teig jetzt habe ich hier ein bisschen mehl auf meine arbeitsfläche gegeben jetzt werde ich das denke in vier teile ja vier teile machen wir einmal ungefähr die mitte jetzt einfach erstmal kübelchen formen wenn wir das haben einfach etwas blatt drücken klebt natürlich an der hand das ist ja aller hand und dann gebe ich das ganze jetzt so auf das backblech und dann decke ich das gut zu mit frischhaltefolie ich muss nur dann oben auf die etwas mehl geben dass die frischhaltefolie da nicht dran klebt oder ich überlegt mir irgendwas anderes drauf zu geben so in der pfanne das ist jetzt so auf mittlerer hitze ist öl drin also so dass der boden bedeckt ist jetzt habe jetzt habe ich das ganze im ofen gehen lassen also bei 50 grad so 30 minuten jetzt habe ich die temperatur halt anhatte alles ganz natürlich jetzt warm ist aber immer schon auf die rein so und dann kommt jetzt ein paar minuten um also was ist paar minuten schon so zehn minuten und zack ich habe das ganze jetzt einfach mit dem küchenhandtuch abgedeckt aber halt auch nur weil ich für die pfanne kein deckel habe und ja jetzt sollte es einfach noch schön braun werden und dann sind wir auch schon fertig so ich habe das jetzt gerade noch mal gewendet hier die als man muss halt einfach gucken dass die halt eine schöne bräune haben und ja so werde ich die jetzt raus geben dann gebe ich die hier auf aufs küchenpapier da kann das überschüssige öl dann noch abtropfen und dann sehen wir uns jetzt gleich einfach zu probieren so und das sind jetzt unsere pfannenbrötchen ich habe jetzt 1 schon mal hier aufgemacht damit man das sehen kann wie das ganze von innen aussieht so und ich sage euch gleich was ich mir noch überlegt habe jetzt probieren wir erst mal mega sind sau lecker muss ich einfach mal so sagen was ich mir nämlich überlegt habe als ich die so gesehen habe wie die so aussehen ist mir dann eingefallen eigentlich könnte man in die pfanne doch auch und das ganze so machen ein bisschen wasser noch dazu geben und dann vor allem ich weiß jetzt kann wie ist es denn mit öl und wasser da muss man ja sehr aufpassen auf jeden fall ging es mir darum um hier unten wenn man es herzhaft mag noch so eine salzschicht zu haben wie bei dampfnudeln mit der salzkruste das habe ich mir noch so überlegt ich weiß jetzt nicht ich würde sonst einfach so machen bisschen salz dazugeben also zu dem öl denn so ist es richtig schön fluffig und es schmeckt halt durch das braune auch richtig richtig lecker und durch dass das was ja ein bisschen im öl ausgebacken haben ist es auch überhaupt nicht trocken also wirklich super super lecker kann es euch wärmstens empfehlen und ungefähr also hat eine seite so zehn minuten gebraucht ungefähr aber da muss man einfach ein bisschen gucken weil wenn ich jetzt meine temperatur auf mittlerer hitze habe heißt es ja nicht dass es bei euch dann genauso ist deswegen da einfach mal gucken und ja dann kann ich einfach nur sagen macht es nach lasse schmecken und ich hoffe wir sehen uns wieder beim nächsten mal tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020